Haben wir noch irgendwo verlorene Zwerge? Ja, hier. Was machen schreiende Zwerge? Ganz hier hinten. War das der Befehl? Ja, der Befehl hat sie verwirrt. Okay. Ihr seid leicht zu verwirrten, Jungs. So, also da runter. Oh, hallo. Könnt ihr nicht angreifen. Gut, baut einfach weiter. Ist okay. Ecken wir das riesige Blobelding mit den fünf Augen. Das da kommt auch noch weg. Das da kommt weg. Das da kommt weg. Ein Leveler. Neuer Zwerg. Und volle Mana. Inzwischen ganz schön viel Mana. Sind wir hier jetzt schon bei dem Portalraum? Nö. Ist was ganz anderes. Warte, dass die Schnecke hochkommt. Ich glaube, du solltest lieber runter gehen. Das dauert eine Ecke. Oder auch nicht. So. Silber hellen. Das da kann weg. So. Entschuldigung, Jungs. Ich brauche das da. Ich krieg doch ein neues Portal. Hier, bitteschön. Hup. Ist hier irgendwo Eisen? Nö. Aber ne schöne Mine ist was anderes. Das ist ganz schönes Chaos hier. Aber wir können sie alle später noch wieder zukippen. Dirt haben wir ja. Hup. Hup. Die Angriffsbefehle klappen nicht so wirklich momentan in der Version. Na komm schon. Mach bitte den Dirtblock da weg oder bring die Schnecke um. Pumpe. 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 Vielleicht beruhigst du dich, wenn sie keinen Boden mit den Füßen haben. Aha. Und der wird sie immer noch nicht. Uh, da sind komische Fische. Bringst du auch nur 40 Epi 어디 ein bisschen mehr? das sollte auch mal gebalanced werden dass wir hol da ein bisschen mehr bringen als schnecken zum beispiel oder schnecken halt weniger das lassen wir in ruhe wo gehen wir als nächstes hin glaseisen gehen wir also hierhin kam uns hier einmal durch wir laufen dass dann mehr ist als nur ein stück aber selbst wenn nicht finden wir unterwegs bestimmt ein paar schriftrollen oder münzen ist alles gut theoretisch kann die ganze welt unterhöhlen um die ganzen schrift rollen zu bekommen so wichtig essen fleisch fleisch ist sehr gut ich muss gekocht werden dauert also wasser blätter kräuter wir haben noch einmal beeren das ist wenig damit die bärensträucher da fällen wasser sammeln wasser sammeln dass sich das nicht irgendwo längerfristig sammelt und das hier unten bitte weg machen damit wir es aufheben können und dann ja wir brauchen vielleicht ein dach hier drüber schwingen relief pione wanddekoration durch werkstatt magierbuch so das betal ist einsackt und er kommt hier wieder zu da bitte hin porten die steine weg machen und was hinter den steinen ist genau das graben so theoretisch könnte die steine hier auch weg machen da verteilt sich das wasser und wir können es leichter aufheben also auf einmal das hier unten muss immer noch weg wir könnten einen abfluss vom burggraben machen das hätte auch mal Stil wir graben jetzt hier lang und wenn sich der burggraben füllt fließt es einfach noch da ab ja aber nur der rechte burggraben das muss man auch irgendwie geschickt hinstellen ja hinbekommen können ich bräuchte die gitter wie man die Astrofortress kennt und du brauchst nur mit dem werkzeug dann könnte ich hier und da gitter machen gegner beim dorf fliegen aber das wasser fließt halt durch und fließt halt hier unten rein unten rein und irgendwo in so eine unwichtige kammer so das dann noch weg bitte das und das bitte noch weg nicht ertrinken bitte nicht ertrinken das Wasser wird nicht weniger was zur Hölle ah doch okay es ist fast kein Wasser mehr da steh einfach auf dann kannst du genau alles weg wir wollen nicht dass der zwerg da ertrinken es muss doch gleich mal eine stufe weniger werden komm 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 was ist das von da oben runter gehen hier ist ein portal wird schön das muss auch noch alles oh oh nächste Welle das habe ich ein wenig übersehen okay Skelette kommen und werden hier Ärger machen Ausrüstung Ausrüstung sieht nicht so toll aus ja die haben teilweise noch Coinen du hast gar nichts die schauts mit Wolle aus wir haben eine Wolle Lederhelm zwei Leder und Eis wie viel Leder haben wir gar keins gar keins oder ist das hier hier ist das okay ich wollte schon sagen gar keins ist ganz schön wenig so vier Lederhelme Silberaxt brauch Schmiede das ist okay Schaden sechs Holzfällen drei Stahlschwert braucht vier Eisen das ist ganz schön viel okay wir haben uns schon ein paar mehr Sip 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 1 you need to build a Schmiede nein ich habe die noch nicht wieder aufgestellt wo ist meine Schmiede die ich need to builde da also wir hätten gerne die Fackeln schon wieder ferne Fackeln entferne Wackel Bau neu Wackel so das kann alles da hin das kann alles da hin ich hoffe mal sie nehmen automatisch das was sie vorher nicht gegessen haben also wenn mein Schmieden Zwerg X jetzt zehnmal Salat genommen hat und hat jetzt die Wahl zwischen Salat und Steak dass er dann immer das Steak nimmt und nicht das Salat nimmt und dann meckert das wäre deutsch ich will meckern äh du da da so Wasser muss weg das Wasser muss weg du stirbst oh oh wir können ja nicht angreifen weil so viel Wasser da ist ah jetzt jetzt ging es du ausrüsten du kriegst mal ganz schnell einen Lederhelm so aus aktuellem Anlass du und du und Zwerg Nummer 1 auch irgendjemand ohne Helm nö ich guck ganz gelassen zu genau also Wasser weg äh äh Dings weg Dings weg Dings weg Dings weg Unser Abfluss ist theoretisch fertig oh da kommen die Skelette total Skelettetüten oh 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 genau schön schnell ziehen ich hoffe es stirbt wir haben acht die die wenig Lebenspunkte haben sollten sich gar nicht erst hier abborden leben niedrig mh genau flieh flieh ist alles gut wo ist mein Bett oh das ist nicht gut da hat jemand kein Bett da hat jemand kein Bett so Bett dein dein wir haben fast alle keine Lebenspunkte das ist nicht oh oh kommt gleich hoch also doch nicht mehr allzu lange dauern das Tag wird das passt schon irgendwie trotzdem schade dass wir es noch nicht geschafft haben aber wir haben halt viele Zwerge aber nicht so viel Ausrüstung schnarch schnarch ich mach mal doppelt Schönigkeit so T T T T kommt auf Tisch Nummer 3 wir haben es nicht mehr geschafft einen Steinblock wegzumachen das ist ganz schön mau streckt euch mal mehr an Jungs oh irgendwer trinken die muss weg und die geht schon wieder nach Hause ja das hat man eben gar nichts gekostet an den Schaden und Zwergen was weiß ich Holzbrücke oh okay hier würde sie eine Holzbrücke anbieten aber ich weiß halt nicht ob die Giener es können mit dem Springen da warte ich erstmal ab so ich hätte gerne hier ein neues Portal dann hätte ich eigentlich gerne jemanden der hier anfängt zu eimern das da kann ich nochmal weg machen wir das da weg in der Hoffnung dass sich das Wasser so verteilt dass es noch stehbar ist also dass Zwerge drin stehen können ja auch schaut gut aus und dann wird das eingesammelt und das spielt schon mit Umbrach donk 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 wir brauchen Leder oh oh ran wir brauchen definitiv mehr Komfort damit sie schneller regenerieren jetzt haben wir so ein Dekozeug Steinwand du brauchst gar nichts haltbar ach so es ist nur eine Stein Ziegelwand Komfort 1 venezianischer Stück brauchen wir Ton für wir wissen noch nicht wie wir Ton machen Dreck und Sand warte mal Sand und Dreck und Wasser andere Reihenfolge was könnten wir denn sonst noch machen dafür brauchen wir Seile und Garn das haben wir alles nicht die Kuckucksuhr stimmt die Kuckucksuhr ähm 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 da Kuckucksuhr ihr kriegt jetzt zwischen euren Betten Kuckucksuhr an tiktak tiktak da freut sich doch jeder beim Einschlafen können wir noch mehr Kuckucksuhr herstellen jo so 1 2 3 4 Kuckucksuhr hier 2 da 2 und da ja noch 2 ok sagen wir pro Etage eine Kuckucksuhr dann geht das auf so viel viel Spaß mit den Kuckucksuhr Jungs das Wasser wird abtransportiert da könnten wir ein bisschen Holz hacken hier holen wir schon mal Sand dafür unseren venezianischen Stück brauchen wir Sand du stirbst ich bauen mal kurzfristig ab und setzen da wieder Stein hin wenn es voll mit Wasser füllt machen wir den Stein aber wieder weg und hier fließt das ab ich denke mal auch durch das Laubzeug durch so neues Portal hier weg mit dir weg mit euch Hühnchen kann auch sterben du kannst auch sterben nimm 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 Eimer Eimer sehr schön wir können dich einmal herstellen drei Bretter und Nägel ja das war eigentlich naheliegend aber irgendwie habe ich es nicht gebacken bekommen so ganz viele Eimer 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 Bitteschön Dankeschön und so weiter Sterben Lalalalalalalalalala so Tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak das könnt echt Nerftöken werden ich gucke mal ob die sich überlappen ne die ticken immer nur mit einem Tick Geräusch schade wenn das wirkliche Tonquellen gewesen wären die zu unterschiedlichen Zeitpunkten starten dann würden sie sich ja überlappen und dann hätten wir ein tik 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 Das wäre irgendwie lustig. Ja, nicht ablenken lassen, Girogarn. Komfort steigt nicht so wirklich hoch. Was haben wir noch? Kleiner Kronleuchter, wandlampere Statue. Komfort 7. Steine und eiserne Pickaxe. Die brauchen wir eigentlich selber. Ja, oder? Mal gucken, wir stellen einfach ganz viel davon her. Haben kein Holz mehr. Machen dann eine Statue testweise. So. So. Juni, die Bilde, Werkstatt. Achso, das war das andere Ding. Schrank? Nein. Werkstatt. Holztisch. Ja, okay. Wir brauchen mehr Holz. Ja, hier oben, ne? Dafür hatten wir das ja eigentlich mal angelegt. Das, das, das. Das, das, das. Und da. Was macht wir denn das da mal weg? Ich hätte gerne da nicht. Nee. Das da einfach nur weg. Schnarch, schnarch. Essen sieht langsam gut aus. Volle Tisch und so. Und so. Auch wenn es nur drei verschiedene Mahlzeiten sind. Aber das müssen die halt mir klarkommen. Oh, keiner hat gemerkt, dass er das doppelt gegessen hat. Sehr gut. Hey. Hey. Heya du. Was macht unsere Mine hier unten eigentlich? Kein Eisen. Kein Eisen. Da ist das Portal. Da wäre Silber, glaube ich. Oh, hier ist schön viel Eisen. Hier könnte man mit. Ist irgendwo schon Zugang? Ja, hier ist ein Zugang. Portal. Zip. Das soll bitte alles mit. Das auch, das auch. Aha. Oh, gleich Kohle nebenan. Sehr schön. Hier sind wir mit der Walle beschäftigt. Und den Hintergrund nehmen wir auch gleich mit, weil das Sand ist. Portal hat noch zwei Minuten. Gut. Da, da, da. Das heißt, sie bundeln da rum, da rum. Ich hoffe, sie kommen dann auch überall oben an. Aber kann ich im Notfeuer die hier setzen. Oh, was haben wir da? Ein Weizenkorn. Was? Weizenkörner, die von Halm gedroschen wurden. Aus ihnen kann Mehl hergestellt werden. Oder sie, E-Field, können gepflanzt werden. Oh, okay. Da muss nämlich was an der Besetzung gemacht werden. Zum Wachsen müssen die gegossen werden. Dazu bräuchten wir Fass. Dekorativer Spiegel. Kopf hoch 5. Du weg, du weg, du weg. Und das Wasser ist weg. Sehr schön. Mission erfolgreich. Bitte hier weitermachen. Das, 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 das. Busch brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Geht einfach los. Mal alles weg. So, so, so. Bären brauchen wir auch. Ganz viel Weizen brauchen wir auch. Schnitzel, Schnitzel. Oh, und Holz brauchen wir auch. Zing. Bogen. Sehr gut. Pöhnchen stirbt. Ja, keiner sitzt zu Hause und schläft. So muss das sein. Äh, was sind unsere Zwerge hier unten? Wo war hier unten? Das war hier, oder? Mist. Äh, äh. Ne, hier war das. Portal. Da. Das erbauen, das erbauen. Das, 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 das erbauen. Mach hoch. Das erbauen. Das, 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 das erbauen. So, genug Aufträge verteilt. Jetzt erstmal eine kleine Pause. In der nächsten Folge sollten wir unbedingt Tee herstellen. Und, was fehlt noch so? Holz haben wir jetzt inzwischen ein bisschen. Silber ist langsam alle. Gold sehe ich gar keins. Für die etwas extravaganteren Sachen später. Hm. Und dafür brauchen wir einen großen Tisch. Oh, einen großen Tisch kennen wir noch gar nicht. Mit Teiltool brauche ich ein Schloss. Bringt auch ein bisschen Komfort. Also ja, wir haben sehr viel zu tun, aber es läuft momentan richtig gut. Auch die Bugs halten sich einigermaßen in Grenzen, sofern man einfach alles Wasser auf der Karte entfernt. Damit genau sowas hier nicht passiert und alle Zwerge ertrinken. Oh, warum seid ihr schon wieder gehopst? Also ja, soviel dazu, dass alle Bugs weg sind. Aber es ist einigermaßen spielbar. Und das Spiel an sich ist einfach nur cool. So, hier ist alles okay. Ja, machen wir jetzt einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder. Und das Spiel an sich ist einfach nur ein bisschen.